Jetzt erst mal die Aufgabe. Anruf, frag die Person nach deinem Gesangstalent, singe dann einen Beliebigen Song vor. Okay, stopp. Can, ist ein guter Freund von uns. Hallo? Can? Ja? Guck mal, ganz kurz, nur ne Frage, ne? Guck mal, ich hab grad ne kleine Diskussion mit Leonie, und zwar sagt die mal, ich kann nicht singen. Kannst du bitte ihr sagen, dass ich voll gut singen kann? I try to scream, but my head was on the water. Du kannst immer singen. Ja, ne? Ja, super. Okay, ja, super. Dankeschön. Ich glaub, er fand's zwar nicht so wirklich, dass ich gut singen kann, aber er hat's gewagt.